Moin Peeps, was geht ab? Mein Name ist Chris und ich zeige ganz herzlich zu meinem Vlog an diesem Montag, Montag, Montag. Ich habe eine heftige Errungenschaft und zwar, ich habe vor vielen Jahren mal diese Drohne geschenkt bekommen von meinem Papa. Ist eine lange Geschichte, kann ich irgendwann mal erzählen, Storytime, jetzt aber nicht. Jedenfalls war der Controller für diese Drohne lange kaputt und dementsprechend ist sie nicht geflogen und so. Aber, aber, ich habe meinen neuen Controller bestellt, bei Ebay, der Sparfuchs-Marketti, nicht neu gekauft. Und deswegen machen wir das Ding jetzt wieder fit. Und jetzt haben wir eine Drohne für den Vlog und das ist natürlich äußerst schmackhaft und auch eine qualitative Steigerung kann man sich schmecken lassen. Dementsprechend würde ich mal sagen, ich mache das ganze Zeug jetzt mal fit und dann gehen wir mal eine Runde fliegen. Also, let's go! Das ist so fast, wenn sie das auch selber rein. Das ist cool. Cool, Krassi. Huh? Cool? Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Kannst du noch besser sein? Boah! 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 Also ich kann mit Sicherheit behaupten, dass das hier eine absolute Bereicherung für die Vlogs ist. Deutsch läuft auf jeden Fall. Ich bin mega gehypt das Ding in Zukunft zu benutzen. Also jetzt war ja eher so eine Art Vorstellung, wie das Ganze aussehen könnte. Ich werde es bestimmt nicht jeden Vlog benutzen, weil das Ding ist A groß und B schwer und C sperrig. Und ich finde es sollte noch ein bisschen was besonders bleiben. Außerdem, wenn ich jetzt nur hier drin bin, muss ich jetzt auch nicht die Drohnen durch mein Zimmer fliegen, wie so ein Autist. Dementsprechend wird das Ding dennoch hin und wieder mal zum Einsatz kommen, wenn es was Cooles zu sehen gibt. Und darauf bin ich natürlich sehr gehypt. Ja, das war es auf jeden Fall für heute. Ich glaube irgendwann diese Woche kommt auch mal ein Video, wo ich noch ein bisschen was zu meinem zukünftigen Upload-Rhythmus sagen werde. Weil das jetzt alles ein bisschen schwierig ist. Wegen Schule jetzt wieder und blablabla. Das war jetzt gerade keine Ausrede, sondern vielmehr eine Ankündigung. Dementsprechend würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Aktivite Glocke, wir sehen uns irgendwann den Tag wieder. Haut rein und bis dahin. Ciao, ciao. Wunsch yaeras. Vielen Dank.